Hallo liebe Kinder, heute geht es um die schriftliche Division von Dezimalzahlen. Da das Ganze ein bisschen schwieriger ist, unterteilen wir das in mehrere Schritte. Heute geht es um Schritt 1, das ist die leichteste aller Divisionsaufgaben. Wir lernen, wie man eine Zahl mit einem Komma durch eine Zahl ohne Komma teilt. Ich habe hier zusätzlich noch eine Aufgabe mit einem leichten Schwierigkeitsgrad da drin. Die werden wir im Anschluss rechnen. Ja, gehen wir es an. Die schriftliche Division kennt ihr ja bereits. Falls nicht, ist das heute nochmal eine schöne Übung. Die erste Regel, die ihr zu bedenken habt, ist nicht besonders schwer zu erlernen. Also die 1 durch die 4, das geht nicht. Also schnappen wir uns gleich die ersten beiden Stellen. 10 durch 4, also 4 passt zweimal in die 10 rein, denn 2 mal 4 sind 8. Strich drunter, 10 minus 8 sind 2. So, wir ziehen die nächste Stelle runter. Also diese 1. Die 10 haben wir bearbeitet, jetzt ist die 1 dran. Die 1 ziehen wir nach unten. Und jetzt überprüfen wir, wie oft passt die 4 in die 21 rein. Das sind 5 mal. 5 mal 4 sind 20. Strich drunter, 21 minus 20 sind 1. So, die 10 haben wir zu Anfang bearbeitet, dann haben wir die 1 runtergezogen, jetzt ziehen wir die 6 runter. So, und jetzt kommt nämlich die Regel, die ihr euch merken müsst. Sobald man die erste Stelle hinterm Komma runterzieht, kommt auch im Ergebnis ein Komma. So, das heißt, ihr setzt das bitte nicht nachträglich, sonst vergesst ihr das. An dieser Stelle jetzt, wo ihr die 6 runterzieht, das ist die erste Nachkommastelle, jetzt setzt ihr ein Komma. Bitte nicht später, sondern direkt dann, wenn ihr die erste Nachkommastelle runterzieht. Wie oft passt die 4 in die 16? 4 mal. 4 mal 4 sind 16, sodass wir einen Rest von 0 haben. So, und wir haben die 10 bearbeitet. Wir haben die 1 runtergezogen, wir haben die 6 runtergezogen. Jetzt ziehen wir die 2 runter. Und wir überprüfen, wie oft passt die 4 in die 2 rein. Und das ist 0 mal. 0 mal 4 sind 0. Rest ist 2. So, und die einzige Ziffer, die wir noch nicht runtergezogen haben, ist die 8. Die 1 haben wir, die 6 haben wir, die 2 haben wir, und die 8 muss noch runtergezogen werden. Wie oft passt die 4 in die 28? Das sind insgesamt 7 mal. Und 7 mal 4 sind 28. Rest ist 0. Okay, so, das heißt, nochmal die Regel. Das Komma ist hier entscheidend. In dem Moment, wo ihr die erste Nachkommastelle runterzieht, nicht zögern, sondern direkt das Komma auch im Ergebnis reinsetzen. Das ist die Regel, die ihr euch zunächst einmal merken müsst. Also nicht irgendwie mit den Stellen, wie bei der Multiplikation rechnen, könnte man ja auch denken hier. Aber das ist nicht immer der Fall. Das heißt, die Regel ist hier wirklich, sobald ihr die erste Nachkommastelle runterzieht, setzt im Ergebnis ein Komma. Okay, dann macht ihr nichts falsch. So, jetzt hatte ich ja schon eingangs erwähnt, wir haben noch eine Aufgabe mit einem etwas erhöhten Schwierigkeitsgrad. 4,896 geteilt durch 6. Auch hier wieder gilt die Regel, sobald ihr die erste Nachkommastelle runterzieht. Also in diesem Fall wäre das hier die zehntel Stelle, die 8. Sobald ihr diese Stelle runterzieht, wird auch im Ergebnis ein Komma gesetzt. Okay, so, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wo ist hier der erhöhte Schwierigkeitsgrad. Gut, gehen wir es an. Und wir stellen fest, die 4, da passt die 6 gar nicht rein. Das heißt, wir beginnen hier mit einer 0. Und die muss auch aufgeschrieben werden. 0 mal 6 sind 0. Strich drunter. 4 minus 0 sind 4. So, und jetzt kommen wir zu der Stelle, wo wir die erste Nachkommastelle runterziehen. Und ich hatte euch ja schon gesagt, nicht lang zögern. Sobald ihr die erste Nachkommastelle runterzieht, im Ergebnis auch ein Komma setzen. So, 48 durch 6, das geht. Da kommen 8 raus. 8 mal 6 sind nämlich 48. So, Rest ist 0. Und wir ziehen die nächste Stelle runter. Die 4 hatten wir ja zu Beginn. Die 8 haben wir runtergezogen. Und jetzt ist die 9 dran. Wie oft passt die 6 in die 9? Und das ist genau 1 mal. 1 mal 6 sind 6. Der Rest ist 3. Und wir ziehen die letzte Stelle runter, die 6. Und wir gucken, wie oft passt die 6 in die 36 rein. Das sind genau 6 mal. 6 mal 6 sind 36. Rest ist 0. Wunderbar. Wo war jetzt der erhöhte Schwierigkeitsgrad? Im Prinzip lag der nur da drin, wenn die Stelle vorm Komma, wenn die nicht ganz, also wenn diese Zahl in die Stelle vorm Komma nicht ganz reinpasst, dann ist das völlig normal, dass das mit 0 beginnt. Das Ergebnis dieser Aufgabe ist 0,816. Das mag im ersten Moment etwas ungewöhnlich klingen, da ja sonst unsere Ergebnisse nicht mit einem 0 anfangen. Aber bei Dezimalzahlen ist das möglich. Das ist eine Zahl, die etwas kleiner ist als 1. Ja, okay. Das war Schritt 1 der schriftlichen Division.